Ahhhh! Aufgefasst! Ja, ich hab den Heli noch eine Granate rangeschmissen, aber er hat es natürlich überlebt, ist ja klar. Weil, es ist ein super Heli! Äh, Bravestar, kannst du ihn bitte klicken? Oh, nö, Bravestar! Der hat dich gefickt! Ja, die sich schon aus der Luft schießen können und ich sie noch nicht mal sehe, diese Arschpuffer. Oh nein, Shurek ist gestürzt. Was, der Gap weiß, der er sich! Alter! Alter! Warte! Hey, da, weiss. Ich bin schon einmal in der Liga. Ich habe in der Liga. Ich habe in der Liga. Okay, ich habe in der Liga. Ich habe in der Liga! Ich habe in der Liga! Ich habe in der Liga! Das ist kein Ohr, okay. Mein Psychologe hat gesagt, ich soll nicht mehr darüber sprechen. Alter, das ist wirklich... Also, Marte redet alle fünf Minuten einmal ganz kurz, so leise, bis du ihn nicht hörst. Wenn du sagst, Jungs, okay, kommt einer Heli, zwei da hin, einer Auftrag, einer Luft. Es ist egal, was du machst, sie sind immer woanders. Immer woanders, sie machen, was sie wollen. Marte ist wieder, da sind Gegner. Dann pinkt er 550 Meter weg. Sagt, was soll ich da jetzt mit meiner Pistole, soll ich da versuchen rüber zu schmalken? Wir haben allerdings, also die Runden waren nicht so schlecht. Wir sind relativ weit gekommen und wir haben auch zwischendurch echt krasse Kills gehabt. Das war bestimmt, weil wir in diese Kack-Lobbys gekommen sind. So, darfst du auch sagen? Ja. Ja. Guck mal, wenn Charly einen Schildcrank schiebt, und auch von der Sieb, dann geht Charly pushen. Und dann sagt er, wenn er stirbt, dann sagt er, wenn er stirbt... Ich hab doch gesagt, wir gehen pushen. Aber nichts gesagt. Oder steht immer alles auf mich? Oh nein. Es steht immer alles auf mich. So, dass man alles im Gebiet vorlögen und den Bereitsichern. Jetzt habe ich einmal daneben geflogen. Also beim Griechen ist es Full-Truppe. Aber der versucht noch zu snacken, aber hat nicht funktioniert. Dann gehe ich jetzt Bean-Style pushen, und wenn ich dann draufgebe, schwere ich mich. Ja. Eine sehr gute Idee. Eine Biene versucht ja immer noch, 3.000 Meter auf den Most Wanted. Nur einen Schuss. Ja. Ja. Panzer-Traktion? Nee. Panzer-Panzer-Panzer-Panzer-Panzer-Panzer-Panzer-Kiste. Kino, jetzt kommt es. Ich übernehme dir Steuerknüppel. Ich bin hier. Panzer-Panzer-Panzer-Kiste. Ja. Kiste? Bereit. Kann ich mal den Kinn zusammen, Frank-Style? Ja. Panzer-Panzer-Kiste. Panzer-Panzer-Kiste. Äh, Lodi ist drinne. Ich komme mal hoch. surf-Style... Panzer-Kiste, Panzer-Platten-Kiste, Kiste'-Platten-Panzer. Auf Grün snacken sie wie die Besenken? emp-Toast-Käse Was...プ Gedanken Troo-Videe eine T-K… Oh. Oh, einer kommt zu uns! Holger, Holger, Holger. Ich komme hoch. Ich übernehme den Steuernippel. Alter, dicker. Das war wie ein Laser. Egal welche Waffe, ich bin nicht mehr runtergekommen von den Typen. Aber halt übelst langsam bis du drauf warst. Jetzt hatte ich irgendwie probiert, jetzt hat musst du... Cache. 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 Cache, Cache, Cache. Und die Schuhe wieder. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ich bin der Pilot. Äh, hier, schmeiß mal noch zusammen, dann können wir noch eine Moonbox holen. Der ist dein Haufen F***er. So, Bravesty, du hast mich jetzt soweit, ja? Ich spiel jetzt wieder meine AX, Alter. Habe einen Heli-Material. Das gab's. Verstanden. Nein, er hat sich genau... Wighted. Snipe ihn zurück aus der Tür. Ah, schieb quick, schieb quick. Klingt gut. Wide hit im Fenster. Noch im Fenster. Ja, noch ein Hit im Fenster. Seht mal nur auf dem Heli. Ich hab einen Heli massiert. Ich hab einen Heli massiert. Ja, was kann ich mal so sagen? Unser Ziel ist mir sicher. Ich hab noch drei Schuss, Jungs. Oh, Moonbox. Oh, dieまぁ gut. Oh, das geht ja gut. Oh, die bin ich nicht mit dem Fenster. Oh, der ist es ins Fenster. Ich hab's mit einem Leiter Đ**, wie schnell ist es das weit dabei? Ah, der ist in den Fenster. Oh, der ist nicht mit dem Fenster. Oh, ich bin immer aggressifisch. Aber Feuer vom Diner, glaub ich. Heli ist weg. Ey, ich hab wiedergekommen mit uns. Sie kommen. Wighted auf Heli. Leute, sie haben wiedergekommen mit uns. Noch ein Wighted auf Heli. Sie kommen. Wo kommen sie? Auf unseren Spot da hinten. Wer? Ja. Ja, snipen. Komm, komm, komm. Fliegt mich mal nach oben. Fliegt mich mal nach oben. Ich bin jetzt hier. Waaat? Scheiße. Verbündeter Cluster schlagt näher an sich. Kobi, bereit. Wow, tut's verwandelt halt einfach. Fliegt nicht. Bravestar, kannst du ihn holen? Ja, Bravestar. Bleib fliegen, bleib fliegen, bleib fliegen zurück. Nein, glatt nicht. Komm zu den Schoko. Ich bin jetzt schon in den Prezi gekommen. Ich hab so... HAUS BITCH! Hey. Warten. Aufgefasst. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hier, Elektromesser. Komm her, komm. Komm. Zeit. Komm. Komm. Und er snipet mich von dahin. Komme. Bravestar, komm hier runter. Bravestar, komm hier runter. Er hat jetzt noch eine gegeben. Ja, ich schaff's nicht. Von wo denn? Warte, 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 bleib, 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 bleib. Von wo schneiden sie dann? Wo der Heli stand. Wo der Heli stand, Digga. Hier. Vorratstation identifiziert. Danke. Ja, die kriegen aber von woanders auch noch Feuer, glaube ich. Also irgendwo da ist gerade... Hinterm Shop ist gerade irgendwas eingeschlagen. Na, von deiner haben wir auch noch Feuer bekommen. Oh, da sind sie. Da drüben. Ich geh in die Richtung. Da auf der Street läuft einer. Ja, unterwegs, schon gut. Da ist einer noch. Und in dem Haus sind sie Jungs. Hier unten am Alter ist schon mit einer. Ja, und oben drinnen auch. Wighted. Ich bin hier hinten hoch. Da können wir irren. Mann. Ich komm nicht hoch. Man. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Cully, Cully, Cully. Cully, du musst hier hinten hochlaufen. Da. Unterwegs. Ach, komm schon. Ich hab dich gehört da. Ich hab keinen Faktor. Da hinten kommst du hoch. Ich hab keinen Faktor. Ich übernehme das Steuer. Ja, die spielen Fun da unten. Come on! Oh nice, hab einen! Wer hat denn eine Moonkiste verleuchtet? Abschluss bestätigt oder? Nee. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung! Nee, ich hab ihn einfach gekillt. Achso, der war wahrscheinlich schon gejobbt, oder was? Bin ich schon mal los, Leute? Dicke! Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitsform! Ohi, pass auf, wenn er so weit wegdroppt von uns, kann das durchaus sein, dass der nicht nur... Braves da kommen, einmal Lodi! Komm! Nicht alleine da bleiben, wir können dich da nicht holen, Dicke! Ich will doch, aber... Wir wollen die doch auch auseinandernehmen! Nein, schaffst du doch von da an! Wir haben doch alle Zeit der Welt nicht geraten, ne? Achtung! 3x50, Baby! Und ich übernimm das Steuer. OOOOOO! Haben wir die Markiert! Ech, ech, ech! Schuhe ist drücken! Jetzt kommt Dut! Jetzt ist Dut drin! Du, die kommst du schön her! Du, die hast du schon eine Moonbox, schmeißt jemanden! ACH! Was sagst du, ich hatte keine Moonbox! Alter! Hat er noch eine Moonbox? Pass auf, komm, ich kann doch nach hinten losgehen! So geht's! Der Scheiße! Wirklich den töten der Biss? Ja! Dut hat den Vatnach und so getötet! Ach guck, ich steig mal einen, Alter! Leider, eine Moonbox, der ist eigentlich schon da! Ein! Der Vatnach ist draußen! Wer nicht draußen läuft, doch mal! Schau, ich verrenze! Schieß dich auf mich! Schau, breitet dich aus! Gut, ich stehe zu viel Jungen! Unterwegs! Oder was ist denn da? Wir konnten das Moos-Motor durch? Ist denn da noch was dran? Na, jeder in safe auf jeden Fall! Okay! Dann schmeißen wir nochmal zusammen für Moon und Platten! Kurz hier drinnen schwimmen! Klappenbox habe ich! Nice! Warte! Ab und zu hin! In der Garage! Vorrat-Helies im Anflug! Sie haben seltene Fracht davor! Scheiße! Mein Zigar liegt da hinten! Ich hätte mir hier noch ein Vorrats-Heli runterknallen können! Ja, aber! Oh, Heli! Ich fand dich ein Heli! Oh, dann! Ach! Das ist ja um mein Geist! Was ist die Heli denn? Ich gehe noch hoch von Lodot, wollte ich sagen? Ja! Ach! Nee! Ich fand dich ein Heli! Ich bleib dir noch mal ein Preise ein, oder? Ja! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Oh, ich bin unterwegs! Einer ist noch! Ich bin unterwegs! Achtung! Das wird unter Präzisionsflugschlagen! Ich bin unterwegs! Einer ist weitet! Oh mal, die haben hier noch einer K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! Ich hab's ja nicht gekriegt Shield Brake ist jetzt in dem Haus einer Whitehead Sniper am Fenster Oh die haben sich einen Lodi auf blau Gut, kommen wir Ja, ja Loadout auf blau, Jungs Die richten sich da gerade aus So, wollen wir noch eine Moonbox oder was? Ja, gibt keinen Okay Lauer lang Bestätige die Markierung No, finish Bravestar Moonbox ist gedroppt Bestätige die Markierung Bestätige die Markierung Okay Wer spiegeleiter? Ich Wer spiegeleiter? Oh, haben einen wiedergekauft Gut, ich bring dir am Mond Nice Fang dir Nehme neue Position ein So, sicher Heli So kommunizieren Für die A-Mach-Projekt Die neue Sicherheitszone wird markiert Wo ist die hier an? Schnell, ganz schnell Aktivität Cool Sehr nice Da hab ich drei Tage geschwitzt Spaß, einfach Zwei Tage? Ne, doch, zwei Tage Zwei Tage, ich hab mich geschwitzt Zwei Tage, ich hab mich geschwitzt Meine Arme sind aufgerissen dafür Nice Werfe Granate Oh mein Gott Ich geh am Steuer Wo, 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 wo Wo, komm mal her Papapapapapapa Wie Sniper sind wir zur Talzauersrente Noch, in dem Haus 28 Oh Хорошо Oho Oh, oh Sniper rechts hinterm Deiner oben auf dem Hügel Na komm zurück, girls Zurück, muss ich holen, Lut. Nee, Snapper, du mal weiter. Wir haben ja nix vom Snapper. Der stand irgendwo hier. Äh, nee, zu weit. Irgendwo hier war er. Nehme neue Position ein. Bei blau? Irgendwo auf blau hat einer gesniped. Äh, nee, Mensch. Irgendwo da. Ist grade zum... genau. Da laufen auch mal welche. Ihr müsst snipen, ich und Drake müssen ein bisschen auf 100 oder 150. Ja, der ist unten raus. Shieldbreak. Ist hier unten. Oh, hat er aber Feuer gekriegt? Ist noch ein Team da? Toll, ich hab mal SIS gekriegt. Auf blau ist noch einer, Minimum. Boah, da geht's ja richtig ab, Alter. Schöne den Block. Schöne den Block. Nein! Ach, Mann, ey. Was denn jetzt? Ja! Ach, no, 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 no. Ach, no, 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 no. Ich, ich, ich und Schiff. Schimmel diesen Block. Weitmarkier. Auf, auf, auf. Okay, warte. Ich weiß nicht, was sie versuchen. Sie rennen die ganze Zeit schon da rum. Die ganze Zeit seit dem Schock dahinten, seitdem sie schon lautet, dass man da... Neue Position. Jetzt sind sie hier. Nehme neue Position ein. Nehme neue Position ein. Moi! Ich hab dich auch. Ich beobachte die ganze Sache schon die ganze Zeit hier. Ich hab dich auch nicht. Einer ist noch, Jungs. Da auf P. Ich geh in die Richtung. Da kommt sein Buddy. Nehme neue Position ein. Ich hab auch keinen Kill gekriegt. Neh, doch. Der krabbelt da. Hab ihn. Ha, 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 ha. Röker vor. Schon gut. Aktivität. Ey, zähme jetzt nicht, dass ich jetzt hier nicht mehr hochkomme, Alter. Oh, nee. Oh, kriege ich nicht gefühlt, ich stehe uns, Alter. Sind ganz viele über mir. Falsch gesichtet. Aktivität. Oh, die kommen hochgepusht, Jungs. Die Bricks. Das Gas verbreitet sich. Ey, komm hier nicht mehr hoch, Alter. Ich bin hier rein. Hier, 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 hier. Hier, Schurik, hier. Hier kannst du rüber springen, glaube ich. Also, bei mir sind ganz viele. Scheiße. Ne, Mann, mach den nicht. Ja, wenn nicht, dann... Uah. Okay. Ja, wir kriegen schon von uns irgendwo. Pass auf. Ja, komm. Runter und hochziehen, Digger. Hat er sonst keinen Sinn. Uah. Er hat sich gesnackt. Ja. Komm mal hier runter. Oh, ne. Ich hol mich, ich hol mich, ich hol mich. Ja, sie snacken unten. Ja. Ja, er hat mich nochmal gekriegt. Genau. Im Lauf. Mit ner K. Die kommt. Bein partiert. Das ist der Gulag. Überlebe um erneut ein... Erströmung. Warte. Du musst warten, bis du dran bist. Hast du genockt? Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Doch, er ist genockt. Auf Rot ist er genockt. Auf deinen Weg. Ja, vom Griechen, vom Griechen. Die Moven, die Moven. Hinten. Hinten. Doch, venten. Wetten Sie noch, Wettchen? Man muss noch eine Minute auf Gegend warten, Jens. Wetten Sie noch einen, Wettchen? Wir müssen loswerden. Schurek, wo hat er mich gekillt, hier ungefähr, oh ne, ich kann nicht pingen, weil ich im Gulag bin, ist das bescheuert Na, du siehst ganz kurz, wenn du rauskommst, siehst du ganz kurz, wo du getötet wurdest Ok, für den Kampf vorbereiten Oh, er hat der Angst, er macht Wunder, die Temperatur Schalte sie aus, oder in ihrem Stil einbruch Nie zurückziehen, nie aufgeben Komm wieder Nächstes Mal vergehen Nein Ich bin in Bewegung Ok, er ist hier Nein Ich bin in Bewegung, er ist leider weg Ja, nein Hey, neue Sicherheitszone Komm, wir move'n jetzt direkt Die können ja von hinter uns nicht mehr kommen Der Moss Wanted war auch blöd, der ist durchgestartet Wir move'n jetzt direkt, ist hier vorne Neue Position Das ist hier Ey, ich hab hier gefohlen Hint Da kommen sie Habt ihr Freizeit? Habt ihr auch, ihr seid hier Da gibt es um den Weg und im Haus sind sie immer noch, ja Ja Einen hab ich genockt dafür Erst nach oben, ich hab Ja, ich komm hoch Ich hab mir noch schnell Geist geholt Ich hab mir noch schnell Geist geholt Ich hab keine Platten, Jungs Wenn einer welche auf Reservat Komm hoch Ich hab leider auch keine, ich kann dir mal einen Pausy geben Die Sauber Die müssen jetzt holen Oh, da hinten Neue Position Ja, nicht hier Ja, nicht hier Die werden jetzt gleich safe hier hochkommen Ja Pass auf, wir snacken die hier Nicht getrickt Knocked Haha Geil Er kam wieder und ist wieder tot Ach Alle in die Sicherheitszone, sofort Im Einsatzgebiet sind doch 25 aktiv Im Einsatzgebiet sind doch 25 aktiv Zwei Mal sind gleiche getötet Ja, da kommen sie Ja, lass sie hochkommen, lass sie hochkommen Papa lass sie, hab ich nicht los Ja, pass auf, nicht dass die nicht sehen da an der Treppe Ja, einer kommt hoch Knocked Du hast zu früh geschossen, Digger Hast du ihn noch geschossen? Ja, ja klar Da kommt der nächste Haha Auch Knocked Ja, auch weg Haha Hihi Haha Das ist ja lustig Digger, mit der Phase sind die sofort Knocked Wenn die hoch kommen hier Hörst du jetzt noch Gas noch rein? Gehst du da noch runter und holst dir den Staff? Ja, aber kein Team Swipe Digger Geißen Das Gas bereitet sich aus Let's go Neue Sicherheitszone gefunden Let's go, Alter Den Abschlag habe ich nicht, wenn ich da jetzt runtergehe, wenn ich safe down Ja Mega, du hast den Staff Der, die haben schon wieder einen gekauft Ich glaube es hat Ja, den, den hole ich nicht aus der Luft Da ist er Nein, ganz, ganz easy Wir gewinnen den Freit auf der Straße Wait, Knocked Boom Dude und ich safen hier den Aufgang Ja Steps Ja Ihr, 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 ihr saft oben einfach in die Richtung Verrückte, Ignoriert das Pusht nicht zu sehr Ganz easy Er hat gelieft Er hat gelieft Er hat gelieft Ja, es war gut Ich war trotzdem in Cade Wenn du ihn vor heute auch umgeschossen hast Wir warten bis zur letzten Minute Die werden hier kurz vor Schluss wahrscheinlich hochkommen Die werden es auf jeden Fall probieren Noch 10 Fast geschafft Jetzt? Wir sollten dir die Sicherheit Oh Jungs Noch 5 Leute auf 3 Teams verteilt Cracked Die kommen hier gleich hoch Digger Ja Die sind hier unten noch alle Ich warte hier Oh nein Nein, Shurek Boah, ich hab zu weit drübergekommen Schnell, komm hoch, komm hoch, komm hoch Da hinten, 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 sind sie? Hast du ein paar Platten wenigstens mitgebracht? Ja, hier Ja Ja Ja, sie sind da aufgrund Da hinten noch Snacken? Äh Ja 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 Sie sind oben, drüben, die Snacken Die machen genau das gleiche wie wir Da sind sie Blutkampf Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone Aktivität Er braucht Gas Ich hab einen Wartet, 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 wartet Nicht zurückziehen Wie auch gehen Wie erwarten sie einfach hier Wie erwarten sie einfach hier Wie erwarten sie einfach hier Brace Zieh mich durch Wir haben Ziele mehr Wie auf den Fall Wäldbeschoss Wow So schaff's das, ich schaff's dich Ja, genau Ja, ja Ja, ja Digga Er ist Shipbreak links mit dem Auto, wo ich geschwommen bin Er hat sich Platten gedrückt Ja Oh, da ist es so Lass mich Noch mal. Dank dir. Der hat mich gleich nochmal genockt. Etwas draus, wehrt ihr den. Sind wir noch zwei, ja? Wir sollten in die Sicherheitszone. Du musst den Puschen machen. Einer war unten. Einen hab ich. Aber der hat gecallt für seinen Buddy, Jungs. Sein Buddy muss hier sein. Jungs, unter euch ist er. Hier, da ist er, genau. Weiter, 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 weiter. Pudi, nicht zu viel, nicht zu viel. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Nicht zu viel, wenn wir wollen. 44 Meter. In die Richtung. Ich geh in die Richtung. Werfe Betäubungsgranate. Oh, hier muss er move'n. Shield Freak. Er ist hier unten drauf, er stirbt. Schafft er nicht mehr. Ich kann mal jetzt völlig entspannt spielen hier. Das Gas kommt. Sie haben sich übernommen. Gut gemacht. Let's go. Wee. Let's go. Wee. Let's go. Seht ihr, Jungs. Einfach auf den Dude warten. Der Dude callt und der Dude gewinnt. Mit euch. Seht ihr. Geil. Dick. Jungs, das war hervorragend. Das hat mir sehr gefallen. Ich hab den Mathe gemacht. Digger, du hast kurz in den Lofi geholt. Direkt wohin. Ich hab den Mathe gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Semperin, du. Keil, du. Keil, du. Okay. Semperin. Robins da. Und der Schetteste. Ramron Schuh. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Das kann so cool sein, dass wir in der Zulu verkackt haben. Ehhh. Oh, wo sie sich das gut? Der Scheiße alle und ich schaue? Ist aber auch nicht viel f***er. Nein, nein, geh mal zurück. Zurück, 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 raus, 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 raus! Entspann dich, wir gehen jetzt nicht raus. Nimm deine Pillen. mögliche genockt was geht aber zum schluss warst du wieder zu geiler da stehst du völlig ohne deckung da da war da nur der aber das ist so schlau gespielt die aber der hat auch krass gelasert er hat den kopf genommen und ich war sofort weg das war nice die hätten uns von